moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft for your stranded und heute ich weiß nicht was ich das letzte mal gesagt habe was wir heute machen werden aber heute habe ich eigentlich vor mal eine eine wiese zu schaffen eine wiese zu schaffen auf der gras wächst ich weiß nicht ob das gut ist ob wir wenn wir eine wiese haben auf der gras wächst aber ich möchte gerne eine haben einmal aus verschiedenen gründen also ich will sie aus verschiedenen gründen haben ein grund ist natürlich gegebenenfalls könnte auf so einer wiese könnten gegebenenfalls tiere spawnen dadurch haben wir dann tiere wir kriegen aber auch tiere durch einen durch ein spawn eine ja okay also dadurch dadurch würden wir dann auch tiere bekommen aber eine andere geschichte jetzt auch auf einer wiese kann ich pflanzen spawnen lassen und mit pflanzen könnte ich ein buntes curry oder wie das heißt also wenn ich verschiedene pflanzen habe und diese diese verschiedenen pflanzen denn quasi die farbe die farbstoffe daraus nehme kann ich mir damit ein curry erstellen was ich denn wiederum essen kann was denn ja wiederum dazu führt dass ich nahrung habe und wenn ich nahrung habe dann bin ich satt und so weiter und so fort und das ist das wo ich mir jetzt momentan sage dass das gegebenenfalls wichtig ist weil nahrung satt et cetera könnte cool sein pass mal auf ist das hier der richtige sunstone den ich hier für meine wand brauche und wenn ja warum habe ich die noch nicht hier die wand reingebaut also wir werden alles möglich heute wieder machen wir werden ein bisschen buddeln wir werden ein bisschen da machen wir werden ein bisschen hier machen wie wir haben halt überall irgendwas zu tun und ich werde gucken dass ich jetzt so langsam nach und nach voran komme es wurde auch mir geraten über die kommentare dass ich noch mal in die stadt gehe da noch mal ein bisschen erkunde das werden wir natürlich auch machen jetzt nicht sofort weil ich jetzt momentan also ich will halt gerne hier auch ein bisschen am haus rum bauen und ich weiß dass es ein questbook mod ist und von so einem questbook mod ist natürlich das ziel das questbook zu durchzuspielen aber nichtsdestotrotz möchte ich halt auch ein bisschen spielen also im grunde halt noch so ein bisschen vorankommen bisschen gucken okay was kann man hier noch so machen und nicht sofort halt sagen okay ich muss das jetzt hier alles ich muss das ja alles erledigen und fertig werden und so weiter und so fort sondern einfach auch mal einfach auch mal spielen einfach mal spielen und dementsprechend ja auch das gebäude wo ich einfach sage okay ich will jetzt einfach mal ein bisschen schön bauen nicht einfach nur immer nur bauen sondern auch mal vielleicht was sinnvolles bauen wir müssen auch anfangen dass wir außenrum so ein bisschen die wände hochziehen beziehungsweise nicht hochziehen die wände sondern gucken dass wir die wände ich kann nicht mehr laufen aus irgendeinem grund wahrscheinlich weil ich was so habe ich das nicht eingestellt dass das hier auf an die das habe ich hier nicht eingestellt dass ich oft auf w ganz normal laufen habe weil hier ist es natürlich ein bisschen hier ist natürlich ein bisschen hier ist natürlich ein bisschen anders wenn ich jetzt hier laufen einstellen würde dauer laufen einstellen würde dann könnte es ja passieren die die ist fertig ne ja dann könnte es ja passieren dass ich viel zu viel energie verbraucher und das will ich natürlich nicht wenn natürlich meine energie so ein bisschen bei mir behalten jetzt will ich mal gucken wenn ich jetzt zwei zwei von den drei grass seeds nehme das mal auf das kammer weg und ich kann auch ein bisschen sand hier vorne wieder rein werfen dann haben wir das auch schon mal weg so ich will zwei von den drei grass seeds nehmen und da hinten auf die auf die erde draufschmeißen hier ist übrigens auch noch erde die nehmen wir mal raus ok hier geht es ja hier geht es ranz runter ja ok das war jetzt ein bisschen naja geht es ja auch ganz runter da geht es nicht ganz runter da ist auch noch erde drin nehmen wir auch mal raus die werden jetzt hier drüben nicht noch mit reinbringen und dann kann dann nämlich moin kommt kommt ihr hier rüber nene ne kommt da nicht rüber alles klar ach pass mal auf das ist andere erde ne ich habe hier unterschiedliche erde ich habe zwei juicer in der hand ich glaube das hier ist erde wo drauf nichts wachsen kann also wo drauf kein kein gras wächst so und wir testen das mal aus mit dem gras mal gucken ob das gras sich dann ausbreitet und wie sich das denn so verhält so probieren das mal aus mal gucken was da passiert so was möchte ich heute noch machen ach so ich will auch gerne kann ich schlafen gehen oh ja kann ich also die zombies und alles die ganzen monster weg das die brauche ich jetzt nicht außerdem haben wir wieder geschlafen das auch eine gute geschichte ich würde gern was essen damit mein ich habe das lieber dass ich voll gegessen bin als dass ich hier akku meine kartoffel könnten wir essen eine auf jeden fall und was können wir noch essen kann eine biene essen das wird nix ich habe aber auch nichts cooles mit zu essen aber vielleicht reicht das ja schon ja es reicht nicht dass ich satt bin habe ich ja das ist eine rote beete das kann ich aus einer roten beete herstellen daraus könnten wir so eine so eine suppe machen oder das ist eigentlich ziemlich cool wenn ich denn eine schüssel hätte habe ich bestimmt irgendwo ich sehe sie bloß noch nicht ich habe bestimmt irgendwo schon eine schüssel wenn ich dann müssen wir uns eine herstellen die wird ja auch so ein bisschen holz nur hergestellt und holzkiste habe ich hier in der holzkiste habe ich holz und ich glaube eine schüssel ist einfach nur genau das sind jetzt vier schüsseln das kommt dahin und dann können wir hier ein bisschen aus der rote beete können wir uns hier eine kleine eine rote beete so machen nice sehr cool einmal die schüsseln wieder her jetzt sind wir auf jeden fall wieder voll gegessen das ist auch ziemlich cool das kann weg die schüsseln können weg oder das holz kann auch hier vorne weg ich hätte natürlich auch gerne ein storage system aber das storage system hätte ich natürlich gerne in meinem haus in meinem neuen neuen lagerhaus oh hier liegt ganz schön viel zeug rum ganz schön viel stuff kann ich hier irgendwas machen da ist noch das drin was machst du eigentlich gerade du machst das okay lass mal gucken ob ich hier was drinnen loswerde von den ganzen metallen die ich hier so mit mir rum schleppe ja ja nee ja was ich habe hier steine dabei wie soll ich so viele steine warum warum ich so viele steine was ist das hier wieso habe ich würmer in der tasche o lampen habe ich ganz also nicht lampen sondern fackeln habe ich ganz viel das ist ja cool so was ist hier so drin dass auch viel stuff drinnen da wir müssen halt gucken vielleicht findet man ja tatsächlich auch im dorf im ort sowas wie ein controller oder sowas also für fürs fürs storage ich glaube da müssen wir doch mal hingucken ich glaube da werden wir doch mal hingucken in den ort vielleicht gibt es da irgendwelche möglichkeiten passen wir gucken jetzt erstmal aufs questbook ich muss mir erst mal wieder einen kleinen überblick verschaffen was wir eigentlich noch brauchen wir brauchen das ding das ist ja nicht so nicht so gerade nicht so einfach herzustellen ich brauche immer noch spinnen genau so tinkers dafür brauche ich immer noch das ding zeug ich habe ich noch gar nicht angefangen zu bauen was fehlt mir dann bei den cook brick und bei den blaze brick was fehlt mir da cook cook brick das seid ihr doch naja da fehlt mir eigentlich glaube ich gar nichts mehr ich müsste das ist das ist mein problem gewesen ich wollte ich wollte mit dieser quest schon mal anfangen aber weil hier überall überall irgendwo was rumliegt finde ich halt hier nichts wieder sowas fehlt mir jetzt ich brauche ich brauche bricks dafür habe ich schon mal bricks irgendwo durch geschmolzen da sind nether bricks ich bin mir nicht sicher sind hier vielleicht welche drin ne ok dann haben wir mal dann haben wir jetzt mal ein stack clay durch was ist das clay clay mal gucken ob ich dieses clay oh guck mal ob ich das clay hier durchbrezeln kann das geht mal gucken ob denn daraus wieder bricks entstehen die ich dann mit den anderen clay bricks stacken kann wer weiß das schon so genau aber wir können auch erstmal nur die nehmen nee das wollte ich nicht ich wollte genau davon aber wir brauchen das zweimal ne ich brauche mindestens acht clay muss ich mindestens durchbrezeln sehe ich gerade das mindestens oben ist warm oben ist warm ich wundere mich gerade schon warum das so so hell so hell wieder wird und dann sehe ich gerade so oben ist warm mir ist warm ich bin aber überlegen ob ich mir ein zauberbuch hinstelle irgendwo falls ich das bauen kann aber nicht glaube ich kann das nicht bauen weil ich keine bücher bauen kann kann also so ein crafting zauber encharter genau encharter oder ist der encharter ja genau normalen encharter ist obsidian hätte ich die erste wäre ein problem book ist definitiv ein problem vielleicht ich bin mir nicht so sicher wie sieht es jetzt hier aus haben wir nicht in dieser kiste auch irgendwas drin doch da können wir auch mal ein paar sachen reinwerfen wir können ja mal so alles ein bisschen verteilen was wir was für uns so angesammelt haben ist ja egal nee es ist leider nicht aber ich weiß auch leider keine bessere lösung momentan als es irgendwie irgendwo reinzuschmeißen und zu hoffen dass es dann irgendwann vielleicht etwas ist also wie haben wir jetzt hier so drin das ist natürlich auch schon eine menge was da jetzt drin ist da müsste auch mal gucken dass wir das mal ein bisschen durchschmelzen und uns gegebenenfalls ja dadurch was machen so mir fehlen jetzt noch zwei eigentlich ne gut dann schmeißen wir noch mal zwei rein ich hoffe dass die da auf das andere draus drecken doch müssen sie weil wenn nicht denn würden die jetzt würde das gar nicht durchbrezeln das nicht decken würde denn das da pommes french fries oh das ist ja geil und wie kriegen wir diese tüte papier und das ist ja nice also wir brauchen kartoffeln egal haben wir haben wir kartoffeln also ich habe doch gerade kartoffeln gehabt ne müssen es gebackene kartoffeln sein oder frische kartoffeln das müssen gebackene sein egal ich brauche noch ich brauche davon noch welche damit ich die dann anpflanzen kann ich kann jetzt nicht alle durchheizen und dann habe ich keine mehr denn stehe ich auch doof da das wäre witzig gewesen hätte ich das jetzt gemacht so pass mal auf wir wollten jetzt diese coke bricks eigentlich machen damit ich da endlich mit der quest weiterkommen und da brauchen wir jetzt noch ein sandstone ein sandstone ist ja kein thema den können wir ja mal hier kraften ist hier nicht sogar noch einer drin da ist hier sandstone siehst du das müsste müsste ja eigentlich funktion nuckeln ja dann haben wir schon mal einmal drei und davon brauchen wir noch mal drei und eigentlich brauchen wir noch mal drei damit wir damit wir damit wir das andere ding bauen können jetzt brauchen wir aber noch die anderen bricks na und zwar wie heißen die denn da muss ich mal immersive immersive engineering wo sind die wo sind die anderen bricks in der zwischenzeit hätte ich wahrscheinlich eher mal kurz ins quest book noch mal gucken können und schauen können wie die bricks heißen aber ich verbringe lieber meine zeit damit hier auf diese übersicht zu starren und nicht das zu finden was ich suche da sind sie okay da brauchen wir da brauchen wir auch wieder solche und ich blog blaze powder da müssen wir mal gucken ob wir noch blaze powder haben ich brauche noch mal ein clay mehr war hier klären war hier klären wo ich jetzt klär ach tatsächlich war das letzte clay was ich hatte okay da müssen wir mal ganz kurz das holen und das dann dementsprechend dementsprechend kaputt hauen hier ist schon wieder voll ich brauche eine neue kiste damit ich das irgendwo erstmal reinschmeißen kann ich brauche eine neue kiste oder noch besser wir erweitern diese kiste ja okay das ist das ist eine gute idee wir erweitern die kiste da unten erstmal dass wir dass wir da mehr platz haben habe ich noch irgendwo eine kiste da ich hab halt es ist halt immer noch das reinste chaos dieses lp ist das reinste chaos bitte bitte liebe kinder nimmt euch kein beispiel daran wie ich das hier mache das ist das ist kein gutes beispiel echt nicht das ist einfach nur ich will jetzt nicht sagen erbärmlich aber das ist traurig das ist einfach nur traurig bitte bitte nimmt euch kein beispiel daran so klein habe ich jetzt reingeworfen das wollte ich nicht was haben wir denn jetzt hier noch okay jetzt jetzt zieht hat er auf jeden fall wieder platz und dann zieht ein bisschen was rein ich wollte das haben das wollte ich haben damit ich daraus clay machen kann immer drei stück denn können wir das einmal schnell mal umwandeln ich hoffe dass ich hier oben noch so viel wasser stehen habe wenn nicht dann müssen wir noch mal ein bisschen wasser holen aber da ist also wasser herstellen wir müssen eh wasser herstellen weil damit wir wasser reserven haben wie sieht es aus habe ich hier irgendwo noch habe ich irgendwo hier noch kacktänen 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 haben wir nicht okay das ist schon wieder wir haben schon wieder switches ne switches ohne ende da ein content switch da ein content switch ich glaube ich habe irgendwo noch kacktänen aber ich weiß jetzt gerade nicht wo deswegen ich baue jetzt erstmal die hier ab und dann werde ich gleich das überprüfen wo die anderen kacktänen sind so wir werden erstmal hier wieder zehn stück aufstellen das sind fünf das sind acht und das sind mehr als zehn aber das macht nichts und den reis müssen wir unbedingt abbauen der hier ist damit wir damit das auch immer schön weiter wächst hier genau da ist reis das reis wir wollen ja wir wollen ja schön bisschen was auf vorrat kriegen und vor allen dingen wenn ich denn tatsächlich irgendwie mit der farbe mir essen herstellen kann dann haben wir da ja auch schon wieder gewonnen also dann haben wir ja auch schon wieder gute karten so kann ich mal ich habe hier so viele juicer so viele juicer und alles schleppe ich mit mir rum was wollte ich jetzt ach so ich wollte den clay zertrümmern genau zack zack das einmal dass wir da kleine stücke draus kriegen und die können wir dann jetzt getrost wieder hier ein werfen wir brauchen auch wieder acht ne ja wir brauchen auch wieder acht also einmal quasi eine ladung durchbrezeln sehr cool habe ich jetzt noch irgendwo platz für steine ich habe hier noch netherrack wie habe ich netherrack gekriegt ach ja das war ja über das war ja über dinge über dieses andere ja ich weiß wieder wie ach so ich wollte auch wasser machen stimmt wasser machen einmal einmal bitte wasser machen ist hier dass das ding voll das ding ist voll das ding ist voll da kein was da kein dings rein und lass mal gucken wie das jetzt aussieht mit da steht in küste habe ich die dahin gestellt ach ja stimmt da war die da war die ganze dingsgelöte renner also pass mal auf hier ist ja hier ist ja hier geht es ja nach unten zack da aber an die das war gar nicht da sondern das war das war nee da da war das alles klar mal ganz kurz zu machen ich will mal gucken wie das jetzt aussieht mit dem mit dem gras hier hinten oh wir haben eine grasfläche oh wie geil oder es funktioniert ja richtig gut richtig krass wir haben krass das ist cool du kommst du nicht rüber kommst du nicht hoch du bist auf der anderen seite alles klar also auch noch sehr sehr weit entfernt davon hier in irgendeiner art und weise rüber zu kommen hoffe ich was hast du denn da in der hand an knochen alles klar das ist unwichtig den kannst du behalten bon meal krieg ich auch so und mass raus ich habe noch mal tipp gekriegt dass ein das ist fast gegebenenfalls auf dem das ist dass das holz barrel gegebenenfalls auf dem auf dem auf den verseuchten boden stehen soll denn halt transformiert wird aber ich glaube das funktioniert auch nicht wie war das denn viel war das denn überhaupt hier drinnen das switchwater 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 da switchwater switchwater fluit transposer switchwater 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 ne da ist nix ja keine ahnung also wie die die flüssigkeit herstellen fluid transposer ne keine ahnung also keine ahnung wie das wie das hergestellt werden soll ich weiß es nicht so pass mal auf also ich habe es jetzt mal drauf gestellt mal gucken ob da was passiert wenn da nichts passiert ist auch nicht schlimm so dass einmal durchsortieren ich habe jetzt noch ein bisschen kohle in der tasche kann ich die irgendwo kann ich die irgendwo loswerden ne ok was möchte ich eigentlich draußen machen können wir cobblestone in irgendeiner art und weise schön schisse habe ich überhaupt ein schissler wo ich habe sehr sehr viel bune sehr cool das mal ganz kurz gucken kann ich mir ein schissler leisten ich glaube die erst habe ich jetzt nicht so viele sozusagen gar kein oder sind die kaktieren die ich gesucht habe gerade eben sehr nice habe ich da nicht da ist sand drin hier wird auch nichts zu essen drin sein dass auch nichts ist drin habe ich eigentlich nur so an ah ja ok diese diese gefrierbrand rüstung die mich davor schützen soll dass ich nicht dass ich hier nicht weg schmilze aber das tut sie gar nicht wo jetzt haben wir schon so viel platz in der kiste noch und dann fliegt trotzdem nicht alles rein das ist natürlich auch gut haben wir hier ein dir habe ich das will ich auch nicht was haben wir denn ach so hier ist dieser andere barrel wie sieht das denn hier eigentlich gerade aus was haben wir denn gerade eigentlich wir haben köpfe wollen wir mal die sachen die ich hier so habe mal kaputt brechen das bringt mir aber auch nix ne aber hier haben wir ein iron nur damit wir ein bisschen schön geschüsselten nur damit wir ein bisschen schön geschüsselten boden bekommen ist auch ein bisschen übertriebene ich würde nämlich gerne jetzt an der hier in der halle ein bisschen weitermachen aber warte mal wir müssen wir müssen noch ein bisschen aber wir müssen ein bisschen sandstorm machen genau das können wir machen passt mal auf wir brauchen ein bisschen sandstorm zack 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 oder ist noch das in to dust fällt immer dieses lied dabei an das ist sehr sehr gut genau das dann das dahin das dahin das dahin das dahin okay das nehmen wir erstmal weg und dann machen wir das mal folgendermaßen und zwar so dann teilt er sich nämlich besser auf so und dann schmeißen wir das dahin und jetzt haben wir das ist doch schon smooth smooth ist doch richtig ja das sieht schön smooth auf dann packen wir nämlich jetzt hier noch was hin und dann kriegen wir da gleich eine doppeltür rein aber ich hoffe dass mein wenn ich das jetzt alles hier verteilt dass es reicht aber ich glaube mit etwas glück könnte das was werden leck das leckt ganz schön hin und wieder mal so okay ich merke schon ich habe heute mal wieder nichts geschafft außer ein bisschen was an erfahrung gesammelt aber ja gut was heißt nichts geschafft wir haben eine grüne wiese wir haben wir haben wir haben grün und wir haben grünen wir haben ganz schön viel geschafft wir haben eine grüne wiese hier guckt pass mal auf hier seht ihr das grün das müssen wir gleich screenshotten gut ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür dass ihr wieder eingeschaltet habt danke für das ganz krasses feedback und support wenn es euch gefallen hat gerne da um da lassen und wenn ihr möchtet sehen wir uns in der nächsten freie wieder bis dann tschüss